hey ho liebe community und herzlich willkommen bei einem weiteren hangar games video heute noch mal auf dem apple island da habe ich ja in meiner allerersten runde wirklich die gegner zerstet der typ sieht ein bisschen schwul aus und ich bin gespannt was ich jetzt daraus reißen kann ich würde sagen es geht jetzt los ja ein eisenschwert nice damit kann man die gegner ja nur zerfetzen ich geh jetzt trotzdem erst mal wieder diesen einen weg hier hoch weil ich damit eigentlich recht gut zurechtkomme da erst mal noch da oben da hat man immer den überblick den man eigentlich braucht weil wenn man dann irgendwo so blöd abschimmelt oder keine ahnung wer sein leben keine ahnung naja hier sterben schon welche da unten kommt gerade noch keiner das ist auch schon mal gut dass man hier auch so gesagt einen vorsprung hat nach oben weil wenn die dann alle nachrücken und du dann nicht ganz perfekt direkt da bist du hast du verkackt blödes ich habe jetzt kein essen oder so yo 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 epic trotzdem habe ich kein essen wenn es sein muss werde jetzt mal einen goldenen apfel mir reinziehen also ja ich wollte auch mal dieses neue meinung ausprobieren das wäre auch heute eigentlich gekommen aber irgendwie ich war auf einem server bestimmt eine viertel stunde so hatte da auch schon youtuber getroffen hätte vielleicht sogar mit denen was machen können oder so aber die server starteten meinten einfach nicht starten zu müssen genau so kann man es ausdrücken kraftausdrücke genau da haben wir was ich dachte ich meine hier ist ja auch dieses komische haus Ah, da ist einer den Ding noch rum. Das bringt ja jetzt nix durch, hier wieder so ne Kistenrunde zu machen, weil das langweilt an jedem. Das weiß ich selber, wenn ich bei anderen YouTubern zugucke. Und die suchen sich dann erstmal Kisten, bis sie schwarz werden. Da war doch gerade einer. Yeah, was war das mit für ein Skiller. Ja, die Massen sterben aus. Ich gehe mal wieder auf meine Bäume. Auf meine Bäume. Weil das so viel Spaß macht. Ähm, ihr habt wahrscheinlich von mir gehabt, das habe ich wahrscheinlich in den anderen Videos angeprochen, dass ich im Moment verschiedene Texturen-Packs ausprobiere oder zumindest in den Videos benutze, da ich mal gerne wissen würde, welches Texturen-Pack ihr besonders gerne habt und dann auch sowieso nutzen würdet. Ja. 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 Da ist mein Zuhause. Okay, hier war schon jemand. Hm. Hm. Wir leben denn noch. Hm. 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 Rätsel um Rätsel. Da war einer. Ich glaube, auf dem Server wird das nur angezeigt, wenn man den letzten... What the fuck? Nein, oder? Eisen-Tread-Louis. Habe ich gewonnen. Ähm, das war jetzt mal eine kurze Runde, aber ich würde einfach mal sagen, es war geil und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hunger Games, irgendwas anderes oder keine Ahnung. Bis dann.